So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu McPixel. Ich habe es jetzt Gottverdammt nochmal geschafft, einen zweiten Bildschirm mit meinem Kackrechner anzuschließen und wir springen direkt im Opa mal wieder in den Arsch, weil wir richtig Bock drauf haben, alten Leuten in die Asche zu kriechen. Alles klar. Wir haben das erste schon gespielt, das zweite haben wir ebenfalls, aber das dritte Kapitel habe ich versucht aufzunehmen und dann meinte zwischendrin einfach mal mein PC Hey, hey, hey du, hey, ich habe keinen Speicher mehr, man. Das geht irgendwie nicht klar und ich habe das erste und das zweite angespielt, aber wir werden es einfach mal das erste nochmal machen und geben dann direkt diesen sexy Typen unsere wunderschöne Karte und werden direkt aus dem Zug aufgeschmissen meinen Timer starten, sonst bekomme ich gleich wieder, äh, äh, ja, dingens, genau, genau das. Ich bin gerade so ein bisschen, ähm, ja, hier, die habe ich auf Gold gemacht und, man, ich, das hat mich aufgenommen. Okay, ich weiß, die Bombe muss ich den Typen geben. Und jetzt explodiert nicht der Mond, sondern es explodiert die Erde, ich meine, what the fuck. Okay, ähm, nee, das hat ich direkt schon auf Gold gemacht. Das haben wir jetzt einfach übersprungen. Okay, ähm, wir mussten das dem Typen geben. Und dann trinken wir das dem Typen erst und wir gehen unter und wir schmeißen ihn raus. Und wir gehen immer noch runter, aber dann schmeißen wir das raus. Und wir gehen immer noch runter und dann springen wir raus. Und dann ist alles gut. Heißt, dieses Ding fliegt jetzt keiner mehr. Warum auch immer. Okay, äh, was war das hier? Wir mussten einfach nur dieses Bier trinken. Das ist Bier. Okay, wir trinken Pulver oder Bier oder keine Ahnung was es ist und, äh, ja. Äh, MacPixel, was tust du? Okay, die Bank. Ähm, die Bank war... Warte, was hast du mal? Ja, einfach die Kabel rausreißen. Zack, einfach rausreißen. Läuft. Hashtag läuft. Ich bin da, ey. Das ist einfach so richtig süß und so richtig bescheuert gemacht. Okay, das hätten wir. Ähm, ja. MacPixel, was war es dann eigentlich da? Dann gehen wir in Chapter 2, was ich angespielt hatte. Auch, also das erste hatte ich durchgespielt, das zweite hatte ich angespielt, nur da meinte man recht ab. Einmal, ha, ha, guck mal, ha, kein Arbeitsspeicher. Äh, äh. MacPixel, safe today. Du, 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 du. Okay, wir sind bei Jesus. Wir sind bei... Thank God, you are an old man! Okay, das hat... What? Äh, doch, doch, es hat... WT. What the fuck? Ey, sag jetzt, nicht, es war's. Hä? Es ist, äh... Hä? Okay, äh, wir nehmen das hier und Kim muss da rein. What the fuck? Nein! 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 Die Powerpuff Girls, alter! Kann sich irgendjemand noch an diese Serie erinnern? Äh, warum hat diese cool Dynamite im Arsch? Ich will mir der cooleste Dynamite doch einfach aus... Ja, genau, wir ziehen der cooleste Dynamite aus dem Arsch, aus dem Arnis. Okay, wir sind an einem Wal. Oh Gott, verdammt, ein Wal. Hm, was ist, kann man das ja anfangen? Der hat eine Lampe. Alter, was geht mit dir? Die hat du Wal! Äh, der hat das Zäppchen von dem Wal genommen und es angemacht. Als eine Lampe. Okay. Wir trägten das Gas einfach um. Es hat nichts gebracht. Scheiße! Ich tue. Okay. Oh, was haben wir jetzt? Minecraft! Creeper! Okay, was muss man machen? Man muss den Creeper des Bein klauen, das weiß ich noch. Und zack, er fällt um. Oh Gott! Oh Gott! Es ist so einfach, aber so... Keine Ahnung. Okay. Was muss man hier machen? Er spuckt uns mit Feuer an. Okay, das war es nicht. Scheiße. Mann! Okay. Man musste, glaube ich, den... Was ist das? Das ist, glaube ich, Fetter und dann da drauf. Oh! Hä? 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 Voll übersteuert. Weil ich sehe gerade diese Outer City-Aufnahme. Rechts neben mir. Voll übersteuert. Oh, ich glaube, da muss ich aus dem Bild gehen. Okay. Ähm, wir nehmen die Gitarre und geben es dem Typen. Warum schlagen wir ständig mit irgendwelchen Dingen? Irgendwelche Leute, Mann! Das geht doch irgendwo nicht mehr klar! Scheiß gewalttätige Spiele! Kellerspiele! Okay. Nehmen wir mal nur den Topf. Alter! Im Ernst? Ist das dein voller fucking Ernst? Alter! Wirklich jetzt? Oh, ne! Man kann das Fenster aufmachen. Alter! Was geht denn bei dir? Okay. Man konnte das Fenster aufmachen. Und jetzt haben wir noch das. Und bei der Tür geht's nicht. Aber hier. Hä? Bitte! Was zum... Wie kann... Was ist das? Was ist das? The fuck? Kann jemand erklären das shit zu mir? Okay. Okay. Alles klar. Let's play, let's play, bär. Und jetzt machen wir... Kapitel 3. Und wahrscheinlich werde ich noch so einen Special Part machen, wo ich versuche, wirklich alles auf Gold zu machen. Das wird dann wahrscheinlich dann gemacht, wenn ich das Spiel durch habe, dann versuche ich nochmal alles von Anfang an auf Gold zu machen. Und ich werde dieses Spiel auf jeden Fall durchspielen. Ach, das war das, was ich angespielt hatte. Genau. Okay. Ähm. Wir nehmen den an, ihr Rentner. Wir treten ihn und er macht uns ein Brandy. Why not, bitch? Why not? Das hat die schon gemacht. Wir nehmen mal an. Das ist einfach kacke, dass ich das schon gemacht habe. Okay. Wir nehmen das hier und packen es da drauf. Im Ernst, du trinkst es? Im Ernst, Mann? Hey, stop drinking! Alter! Junge, wie viel ist denn in der Pulle drin? Ja, genau. Die kriegt mal besoffen sein. Okay, was war das mit dem Batman? Ähm... Batman. Wir nehmen das und packen es da drauf. Oh, MacPixels. Er hat uns den Mittelfinger gezeigt. Nein! Oh, wie geil. Okay. Äh, das Atomkraftwerk. Hier sind mir zu viele... Okay, nehmen wir die Annamanlage. Geht nicht. Den Computer. 10 MacPixels. 10 MacPixels. Haha. Out of Memory Error. Hahaha. Oh Gott, wie geil. Nein, wie geil ist das denn? Okay, die Straße. Die Straße. Äh, wir nehmen den Typen. Wir nehmen den Typen. Und der schreitet an und... Warum dre... Was? Hä? Wir haben den Typen... Hä? Was zum Fick ist... Ich verstehe... Oh Gott. Ich... Nein. Ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Ich verstehe... Hä? Ich verstehe... Nein. Ich verstehe es gerade kein bisschen. Okay, wir nehmen die Kuh und packen es da drauf. Okay, das hatten wir schon. Das hat nichts gebracht. Mana, was müssen wir da machen? Okay. Der Pirat. Äh, wir können dieses Dings nicht... Also dieses... Das Püppelding hier nicht nehmen. Wir nehmen am besten direkt zur K... No. Oh. Wirklich? Wirklich jetzt? Ernsthaft? Alter! Leck mich am Arsch. Okay, wir nehmen die Taschenlampe und geben die dem Typen. Oh Gott. Das war es auch nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Ja, wie geil. Oh, mein Auge. Oh, okay. Tetris, im Ernst? Mann, wieso ist davon nichts richtig? Mann, ich fange mich an zu heulen. Mann, das ist schlimm. Okay. Was haben wir... Okay. Wir nehmen jetzt einfach das Ding. Und wir treten uns um und er brennt. Es ist falsch. Warum? Was mach... Was mach ich falsch? Komm auf den Tisch gehauen. Entschuldigung. Okay. Wir treten einfach gegen das Ding. Der geht unter. Okay. Ich geh mich erhängen. Mann. Okay. Was ist das? Nein. Alter, ich hab doch jetzt schon alles in diesem Kackreaktor ausprobiert. Was willst du von mir? Dann erfahren wir auch schon alles aus. Oh, aua, aua, ich mach's. Okay. Kann ich hiermit was machen? Kann ich hiermit was machen? Kann ich dem Typen die Mütze klauen? Nein, wir können ihn wieder nur treten. Alter, was mach ich? Hä? Ich hab doch jetzt schon alles... Mh! Okay. Der Reaktor. Das hab ich dann noch nicht ausprobiert. Ähm, der Typ. Der Helm. Hä? Wir können das alle wegpacken. Dann haben wir... Childhood Ass. Dann explodiert es... Hä? Was muss ich machen? Alter! Ich bin grad auf übelst informiert. Okay. Ich hab was an den Zahlen. Hier irgendwas. Nicht der Elefant. Die Kuh auf den Elefanten. Mann! Im Ernst? Wirklich? Dann hab ich hier nicht mal auf Gold. Was kann man da noch machen? Naja, wahrscheinlich die Kuh noch auf den Typen packen. So. Aber was kann man hier noch machen, bitte? Kann ich hier drauf klicken? Nee, kann ich nur den Knopf drücken. Kann ich noch was anderes da machen? Nee, die Zeit ist aber aufgelaufen. Hä? Ja, das passiert nichts. Ey, drück noch einen Knopf. Hä? Okay. Ich versteh's einfach nicht. Ich check's gerade wirklich nicht. Hä? Okay. 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 Denk. 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 Den Typen kann man vielleicht sein Bein klauen? Kann man ihm irgendetwas wegnehmen? Hier. Hier muss man doch was machen. Okay. Es fällt zusammen. Kann ich irgend noch was machen dann? Hier ist McPixel. Okay. McPixel. 20 Gospels. One. McPixel. 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 Out of memory. Ready. Explodiert. Was? 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 Es muss doch irgendwas geben, was es machen kann. Es muss irgendwas hier geben, was ich übersehen habe. Irgendwas. Ja, dann klickt er wieder da drauf. Mann. Springen. Ähm. Kann ich? Ich muss doch an dem Typen was machen können. Kann ich dir unten? Oder hier? Oder hier? Mann! Ist das dein voller Ernst, du scheißverkacktes Drecksspiel? Ist es dein voller fucking Ernst? Ich musste einfach nur dieses Kabel rausreißen. Steckt mich in ein Kleid, ey. Boah. Scheiße. Wir kriegen jetzt noch einen Stromschlag. Flog, flog, flog. Okay. Bang. Ähm. Ich würde mal sagen, das war es dann mit dem dritten Kapitel. Äh. Ich gucke gleich, ob ich noch direkt den Anschlusskapitel 4 aufnehme. Aber das war es dann erstmal für mich. Tschau. Tschau.